hallo leute willkommen bei nachtproduktion gaming heute wieder eine neue folge mit mario kart 8 und auch heute ist wieder der keks dabei heute fahren wir den panzer cup mit 200 kubik mein frauchen freut sich jetzt schon für sie ist auch 200 kubik auch sehr hart ihr könnt mir mal in den kommentaren schreiben wie ihr die 200 kubik findet würde mich mal interessieren lasst uns mal austauschen ich sag jetzt schon mal hier tschüss wenn euch das video gefallen hat dann gibt mir einen daumen hoch und abonniert den kanal um nichts zu verpassen und lehnt euch zurück genießt das rennen und wir sehen uns bald wieder bis dann ja Das war's für heute. 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 Das war's für heute.